Wenn man es von vornherein kollaborativ mit dem Team, nämlich mit den Menschen, die damit arbeiten werden, also nur nochmal, um das herauszuheben, das sind die Menschen, die damit arbeiten werden, wenn man es mit deren Hilfe das Organisationsprinzip dieses Knowledge Managements erarbeitet, dann wird dir hintenrum der Prozess quasi einfacher gehen in der Arbeit dann selbst. Und wieder, dann stellen sich diese Fragen schon nicht und da muss man halt vielleicht wieder aus dieser Führungsperspektive selber daran denken, möchte man als Führungskraft tatsächlich ein halbes Quartal daran sitzen, dass man sich eine Organisationsstruktur überlegt für das eigene Knowledge Management. Ich würde argumentieren, dass das keine richtig gute Idee ist für ein Zeitinvestment sozusagen, weil nämlich, um quasi das nochmal herauszuheben, es werden andere Menschen damit arbeiten und so funktioniert halt Leadership auch nicht, dass man Menschen etwas vorgibt, gerade wenn es um ein größeres Team sich handelt. Und da ist halt, finde ich, das ist so ein schöner Win-Win eigentlich auch für eine Führungskraft, weil man sagen kann, ja, ich finde aus den und den und den und den Gründen aufgezählt, wieso ich es persönlich für euch alle wichtig finde, für das gesamte Team, Unternehmen wichtig finde, dass wir ein Knowledge Management brauchen. Dann haben wir schon mal vielleicht diese Motivationsebene abgehakt, weil ich schön erklären konnte, wieso ich das für wertvoll finde, dass wir sowas aufbauen. Und dann kann ich aber schon, wie wir es auch immer sagen, ich kann Verantwortung gleich an das Team übertragen und sagen, hey, das ist jetzt eure Aufgabe in diesem Prozess, ähnlich wie ihr das gemacht habt, alle sind beteiligt. Wir haben als Endziel ein gutes, praktikables Knowledge Management für die und die Zielgruppen und für die und die Notwendigkeiten und wir geben uns den Prozess offen selber, vielleicht hat jemand schon einen Pitch, dann können wir den gleich aufnehmen, Feedback das bitte und dann könnt ihr gerne daran arbeiten. Und als Führungskraft, wie immer, ja, man steht nicht vorne, sondern man quasi leading from behind, wie immer, man steht halt hinter dem Prozess und lenkt dann maximal, wenn man merkt, es verläuft sich vielleicht in den Feedback schleifen. Dann kannst du als Führungskraft wieder perfekt einsteigen und sagen, ja, das Feedback können wir mal aufnehmen, lasst uns an dem Gedanken weiterentwickeln, weil wir wollen das ja mal in die Tat umsetzen. Also ich finde, das ist so ein schönes Praxisbeispiel der Führung, so ein Knowledge Management Tool Prozess sozusagen, da sind so viele Punkte drin, die man selbst als eigentlich Praxisübung sehr gut mit seinem Team machen könnte. Und falls man noch kein Knowledge Management haben sollte, ist das eine sehr schöne Möglichkeit, das direkt auszuprobieren, wie denn so ein Prozess funktionieren kann.